Wenn ein Mensch offensichtlich unsere Hilfe braucht, weil er zum Beispiel am Boden liegt, ist das Wichtigste, dass wir uns trauen hinzugehen und zu helfen. Das Nächste ist, wir prüfen, ob er oder sie bei Bewusstsein ist oder nicht. Hallo, können Sie mich hören? Keine Reaktion. Jetzt müssen wir gucken, ob er noch normal atmet oder nicht. Auch in diesem Fall kann ich keine normale Atmung feststellen. Jetzt müssen wir Hilfe rufen. Eins an zwei, die Feuerwehr, den Rettungsdienst, um im nächsten Schritt mit der Herzdruckmassage zu beginnen. Wir versuchen, den Oberkörper, wenn möglich, zu entkleiden. Jetzt suchen wir uns die untere Hälfte des Brustbeines. Die ist genau jetzt hier zwischen meinen beiden Fingern. Dort legen wir den Handballen drauf und die andere Hand übereinander, beugen uns über den Brustkorb des Patienten und fangen an, schnell und tief zu drücken und gut zu entlasten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 15. Wir hören möglichst nicht auf, bis der Rettungsdienst eintrifft.